Die Badische Zeitung ist die größte Tageszeitung Südbadens und ihr Informationsportal rund um alle News und Ereignisse in der Umgebung. Täglich arbeiten bei uns zahlreiche Menschen daran, ihnen alle relevanten Nachrichten schnell und seriös aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Dank unserer zahlreichen Redakteure sowie den freien Mitarbeitern in der Region können wir ihnen täglich genau die Informationen liefern, die ihnen wichtig sind. Dabei arbeiten wir in Echtzeit auch an der digitalen BZ und unserer Website. So sind sie jederzeit bestens darüber informiert, was in der Region passiert. Für unsere Kunden unterhalten wir acht eigene Geschäftsstellen in Südbaden. Hier sind wir, ihr Ansprechpartner, für Fragen rund um das Abonnement und Veranstaltungstickets aller Art. Im reichhaltigen Sortiment unseres Lasershops finden Sie immer kreative und ausgefallene Geschenkideen für Ihre Liebsten. Im Rahmen unserer Bundle-Angebote, bestehend aus unseren Digitalprodukten und dazu passenden modernen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones, profitieren Sie immer von besonders günstigen Konditionen. Insbesondere unsere digitale Produktwelt können Sie auf den Geschäftsstellen der Badischen Zeitung unkompliziert und in beeindruckender Art und Weise erleben. Unsere engagierten, freundlichen Mitarbeiter freuen sich, Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Ihre Fragen und Anliegen zu unseren Produkten und Dienstleistungen zu Ihrer Zufriedenheit zu beantworten. Egal wo Sie in Südbaden wohnen, das BZ-Mobil, unsere modern ausgestattete mobile Geschäftsstelle, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihren Heimatort. Hier stehen Ihnen unsere freundlichen Service-Mitarbeiter für alle Belange rund um das Zeitungsabonnement und unsere weiteren Produkte zur Verfügung. Auch unsere Redakteure freuen sich auf die Gespräche mit Ihnen und Ihre Anliegen am BZ-Mobil. Zu jeder Zeit und zu jedem Anspruch haben wir das passende Angebot für Sie. Kommen Sie uns doch auch einmal besuchen. Wir freuen uns auf Sie. Was wäre der Morgen ohne Zeitung? Die BZ informiert Sie alle umfassend und seriös. Und das seit mittlerweile 75 Jahren. Egal ob klassisch knisternd oder praktisch digital. Wir sind Südbaden. Und für Sie da. Und für Sie da.